Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Buongiorno Melissa, wie geht's dir? Hallo, mir geht's gut. Super. Anime oder Fantasy? Anime. Du bist gelernte Schauspielerin. Was würdest du am liebsten spielen? Fantasy. Schoko oder Chips? Schokochips. In welcher Zubereitungsform magst du Kartoffeln am liebsten? Pommes und Haut. Hautpommes. Die beste Handy-App? Die beste Handy-App ist die App, wo ich meine Fotos heller ziehen kann. Wie heißt die? Helle Fotos Ziehen App. Was ist deine Lieblingspflanze? Meine Lieblingspflanze ist meine Pflanze zu Hause. In welchem fiktiven Universum aus einem Film würdest du gerne für 24 Stunden leben? In einem Mikro-Universum. Ameisen-Mikro-Universum. Warum? Ich find Ameisen irgendwie voll cool. Die können voll krasse Sachen. Blödeste Farbe? Blödeste Farbe? Hellgelb. Ja. Welches Gartenwerkzeug wärst du? Eine Rosenschere. Dein erster Lieblingsfilm? Charlie und die Schokoladenfabrik. Hast du ein Traumauto? Ja. Der Tesla. Der krasse mit den Türen. Was ist deine beste Charaktereigenschaft? Ähm, ich bring Leute zum Lachen, weil ich das nicht will. Es ist eine Charaktereigenschaft. Ja, könnte man schon zählen lassen. Okay. Und was ist deine schlechteste Charaktereigenschaft? Ähm, ich glaub ich kann Leuten echt voll auf die Nerven gehen. Welche Superkraft hättest du gerne? Ähm, ganz schnell rennen können. Wenn du ein Restaurant eröffnen würdest, was wäre das für eins? Kartoffelrestaurant. Was hat dich zuletzt richtig zum Lachen gebracht? Manuel. Dankeschön, das war's. Danke auch.